Es soll eine Plattform gebildet werden, keine virtuelle, sondern eine reale Plattform. Ein Forum, angereichert durch Spezialisten, Fachleute in den speziellen Gebieten, die sich zum Beispiel um die unglaublich komplizierten rechtlichen Fragen kümmern, die sofort auftauchen und nach deutschem Recht besonders kompliziert sind, sobald es um digitale Lehre geht. Das heißt also Urheberrecht, Hochschulrecht, Dienstrecht und natürlich auch Datenschutz, zum Teil in einer Weise, wie es in den USA undenkbar wäre. Aber das muss gelöst werden, das muss in Gesetzgebung eingebracht werden in den nächsten Jahren. Darum soll man sich kümmern. Dann wird sich etwa die Hochschulrektorenkonferenz speziell kümmern um die Frage, wie bringt man diese Themen sinnvoll in Hochschulentwicklungspläne ein. Wie verhandelt man mit Ministerien als Hochschule, damit das Ganze auch vernünftig finanziell in Angriff genommen werden kann. Und wie, ganz besonders wichtig, wie sieht die Qualitätssicherung in solchen Bereichen aus. Denn sie muss anders aussehen als in der bisherigen normalen klassischen Lehre. Denken Sie nur mal daran, welche Erwartungen zum Beispiel Studierende auch, ich sag mal, an die Ästhetik eines MOOC legen, werden oder schon zurzeit legen. Also das sind solche Fragen, die da aufkommen. Natürlich auch Fragen nach Geschäftsmodellen und damit die schwierige Frage nach der zukünftigen Kooperation von Hochschulen untereinander, aber auch mit Privatunternehmen. Denn der Kreis privater Unternehmen, Unternehmungen in diesem Bereich wächst drastisch an und wird weiter wachsen. Und das sollte in den nächsten drei oder fünf bis fünf Jahren systematisch verfolgt werden, um sozusagen in die neue Zeit nicht reinzustolpern. Und das sollte in den nächsten drei oder fünf Jahren systematisch verfolgt werden.